Dann darf ich die Marion Schneider auf die Brüder bitten. Sie hat ein erfolgreiches Unternehmer, Toscanerwold. Liebe Marion, bitte. Was ist dein? Bitte? Guten Morgen. Also, gerne. Okay, ja. So. Ja, was ist so dein Wirkungsbereich? Was ist deine Idee, wie du... Also, erstmal mein Wirkungsbereich, wir betreiben an fünf verschiedenen Standorten Hotels, außerdem an drei Standorten die Terme dazu und eine Rehabilitation. Das ist unser Wirkungsbereich. Hier, das ist mein Mann, der uns sicherlich auch hier ist, und ich. Wir sind 50, 50 Geschäftsführer. Und wir betreiben diese drei verschiedenen Bundesländer. Was ich unter Liebe verstehe, das ist meine Verbindung zur Welt. Und ich denke, dass alles, was auf der Welt ist, seine Berechtigung hat. Also, nichts ist dafür, alles ist, darf so, wie es sein soll. Und ich gehe durch die Welt und verbinde mich mit dem, was ich sehe oder was mir entgegnet. Und das empfinde ich als Liebe. Weil ich das mit Einfüllung, mit Verständnis tue, das heißt, ich suche das Verständnis dafür, wer oder was das ist und warum es da ist. Wie gibt es dieses Verständnis jetzt von deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Wie leidest du sie an? Wie würdest du sie? Durch eine grundlegende Unternehmenszielschulung, die gleichzeitig verbunden ist mit einer Reklamationsschulung. heißt das, und unser Motto ist ja Glück und Gesundheit. Und wir sagen unseren Mitarbeitern, was das konkret bedeutet. Und die drei wichtigsten Ziele erklären wir, die stehen auch im Arbeitsvertrag. dass am wichtigsten, dass am wichtigsten unser Gewinn ist, das erklären wir auch, dass wir Gewinn brauchen und uns überlegen. Und dass das zweite Wichtige unserer Gäste sind, unserer Patienten, dass wir ihnen ein gutes Gefühl in unserem Unternehmen geben. Und dass wir selber kommen wollen. Ja, und das dritte ist die Verbindung zu unserer Region. Dass wir, wir sind ja jeweils mit den drei Terminen, einer Freighted-Partnership verbunden, dass wir mit unserer Region zusammen die Wirtschaft weiterentwickeln und auch unseren Unternehmen weiterentwickeln. Diese Partnerschaft ist sicherlich auch die Grundlage unseres Erfolgs. Die Partnerschaft zu holen mit meinem Mann, deswegen durch die 50-50-Partnerschaft, weil niemand haben, der dominiert. Also wir müssen uns einigen. Und diese Art von Grundlegenden Herangehensweise ist es auch, die wir uns mit unseren Mitarbeitern und mit unseren Partnern verbunden. Wir suchen also jeweils die Einigung aus. Ich habe nur noch einmal in meinem Leben das anders gemacht und habe dann vollständigen Bruch erlitten. Also wo ich gedacht habe, ich habe so eine Mehrheit, und die Mehrheit reicht ja aus, um etwas durchzusetzen in einem Verein. Und dann hatte ich eben eine riesige Gegnerschaft von einer kleinen Gruppe, die hat den ganzen Verein zum Ende gebracht. Also insofern, meine Orientierung ist, dass man den Konsens suchen sollte, auch wenn es länger dauert, um einen nachhaltigen, erfolgreichen Erfolg zu gewährleisten. Vielen Dank. Wunderschön. Aber ich werde mich geben, ihr Wohl. Und danke, Herr Mario. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.